Grüßt euch, bei mir ist jetzt der Pirmin, grüß dich Pirmin. Servus, hallo. Du erzählst mir doch ein bisschen was von dir. Ja, gern. Mein Name ist Pirmin, ich bin 22 Jahre alt, komme aus Geiselöhring. Ja, meine Hobbys sind, ich mache eigene Musik, also deutschen Hiphop. Man läuft zur Zeit eigentlich recht gut, auch nichts Auftritte gehabt und so. Okay. Generell spiele ich Fußball, sportliche Aktivitäten und ganz wichtig haben natürlich auch meine Freunde. Ich muss mir auch dazu sagen. Schon gleich habe ich mich vorausgeschickt. Okay. Du, wie würdest du ihn charakterlich beschreiben? Also ich bin auf jeden Fall ein lustiger Typ. Mit mir kann man definitiv Spaß haben. Aber wenn es ernst ist, kann ich natürlich auch ernst sein. Und ich glaube, ich bin ein recht umgänglicher Mensch. Okay. Und Schwächen? Schwächen? Zumindest eine kleine oder ein kleiner Makel? Naja, also ich setze halt meine Freunde oft gerne mal im Vordergrund, will ich schon sagen. Also da musst du dann auch mal das Gas einstellen können. Und heb gerne mal, ich auch einen. Okay. Wie stellst du dir deine Traumfrau vor? Meine Traumfrau? Naja, richtige Definitionen habe ich eigentlich so nicht. Sie soll auf jeden Fall auch lustig sein. Sie soll keine Langweilerin sein, nicht nur der Heimhocker, aber sie soll auch nicht zu übertragen sein. Und sie soll damit klarkommen, dass ich meine Freund und sie ein bisschen so ein Mittelmaß finden werde. Okay, alles klar. So, das war jetzt der Pirmin. Ich finde, er ist ein lustiger. Bitte meldet euch bei ihm. Fiat euch!